Quayne war der härteste Gegner in meiner gesamten Karriere. Nur etwas zu lang auf den Vordermann geschaut und... Ups! Wenn Kevin Wayne besiegte, wolltest du nicht in Wains Nähe sein. Ich bekam etwa 25 Spritzen in die Hand und nahm Schmerzmittel. Er war der mutigste Kerl da draußen. Und nun, wo ich das Ding in die richtige Position gebracht hatte, musste ich versuchen zu bremsen. Wenn diese 500er entscheiden, dass du stirbst, dann hattest du keine Wahl. Am Ende mussten sie seine Beine zusammen nähen. So rettete das linke Bein das rechte. Sie waren wilde Männer auf wildem Walzen einer wilden Zeit. Herr everybody will. Ich bin. Herr allah. Untertitelung des ZDF, 2020